Eilmeldung, so könnt ihr die absolut geniale und brandneue Künstliche Intelligenz von Google, nämlich Google Gemini, jetzt schon benutzen und wie ihr das Maximale für euch damit rausholen könnt und auch richtig gute Summen verdienen könnt. Teilweise 600 Euro pro Tag und das werde ich auch in diesem Video beweisen. All diese Infos bekommt ihr in diesem Video, deswegen bleibt jetzt unbedingt bis zum Ende dran. Es wird sich extrem lohnen, das kann ich euch garantieren. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Online-Geld verdienen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld miteinander zu verdienen und von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenzen in Zukunft profitieren willst, dann kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du in Zukunft immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine wichtigen Meldungen mehr. Ja und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Künstlichen Intelligenz von Google und zwar Gemini heißt das neue Projekt von Google und heute werden wir das Ganze mal live benutzen und ich werde euch zeigen, wie ihr hiermit richtig gutes Geld verdienen könnt. Ja, wenn man einfach mal bei Google die Schlagzeilen zum Thema KI eingibt, dann sieht man hier schon Google Gemini, wichtigste App seit Jahren. So können sich Google Gemini jetzt schon nutzen und da gehen wir natürlich auch direkt schon rein und zwar Gemini App in Deutschland nutzen, so geht es. Ich werde euch natürlich in diesem Video auch zeigen, wie ihr das Ganze auch schon am PC nutzen könnt und zwar hier sehen wir das Ganze über einen kleinen Umweg lässt sich Googles neuer KI-Assistent auch auf deutschen Geräten, also auf deutschen Handys schon nutzen und zwar hier sehen wir das Ganze, Nutzer von Android 12 oder höher können Google Gemini einfach als APK am Play Store vorbei installieren. Wer die App auf einem deutschsprachigen Gerät startet, erhält allerdings einen Hinweis, dass die App noch nicht verfügbar ist. Um dies zu umgehen, reicht es, die Systemsprache in den Android-Einstellungen vorübergehend auf Englisch umzustellen und die Gemini App zu starten. Also hier der ganz wichtige Hinweis für alle Leute, die das Ganze am Handy machen wollen. Wie gesagt, bleibt unbedingt dran, denn ich werde euch gleich auch noch zeigen, wie jeder das nicht nur am Handy, sondern jeder wirklich am PC auch machen kann. Anschließend kann die Systemsprache wieder auf Deutsch zurückgestellt werden und die Gemini App in deutscher Sprache weiter genutzt werden. Nutzer eines iPhones und so weiter müssen sich aber noch gedulden, aber das gilt nur, wie gesagt, am Handy. Ich werde euch gleich zeigen, wie ihr das trotzdem eben nutzen könnt, auch am iPhone, auch am iPad. Und ja, jetzt werden wir uns das Ganze gleich nochmal anschauen und zwar hier können wir eben hier ganz normal raufgehen auf Google Gemini und ja, dann kann man hier einmal sich kostenlos anmelden, hier einfach mit dem Google-Konto. Das kennt ihr natürlich schon, dann müsst ihr das Ganze einmal bestätigen und ja, wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann. Und zwar, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze einmal auszuprobieren und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, hier sehen wir das Ganze. Hallo Leon, wie kann ich dir heute behilflich sein? Und hier können wir alles Mögliche machen, zum Beispiel Ernährungsplan erstellen, Produktvergleich, Haushaltstipps, komplexe Konzepte. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was wir hier finden werden. Und ja, jetzt werde ich mal einen sehr, sehr spannenden Befehl geben. Das heißt, hier können wir die sogenannten Prompts einfügen. Prompts sind einfach nur die Befehle, die wir hier geben können an die Künstliche Intelligenz von Google. Und hier werde ich jetzt mal Folgendes reinschreiben. Und zwar, schreib mir einen Text für eine Werkstatt oder beziehungsweise für eine Autowerkstatt mit dem Namen Meier. Dieser Text soll auf der Website der Firma veröffentlicht werden. So, hier natürlich dann nochmal den Text hier groß schreiben, ist natürlich klar. Und dann hier werde ich das Ganze jetzt nicht cutten. Das heißt, ich werde es keinen Schnitt hier in das Video packen, sondern ich werde jetzt hier live zeigen, wie lange das dauert. Hier können wir uns das Ganze einmal anschauen. Und zack, schon haben wir das Ganze hier. Einen perfekten Text, den wir hier eben für eine Firmenwebsite haben. Also hier natürlich kann man jetzt noch Sachen umändern. Zum Beispiel, wenn die Werkstatt in München ist, kann man hier einfach München hinschreiben. Und was jetzt hier wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Hier haben wir die ganzen wichtigen Fakten schon. Und jetzt kann man noch Folgendes machen. Und zwar, das hatte ich ja auch schon beim letzten Mal kurz erwähnt. Hier kann man die Vorschläge ändern lassen. Das heißt, die Vorschläge erstmal anzeigen lassen. Das heißt, hier haben wir direkt drei Versionen. Und das ist natürlich absolut krass. Und hier können wir sogar, wenn wir mit diesen drei Versionen nicht zufrieden sind, nochmal die Vorschläge neu generieren. Das heißt, hier Autowerkstatt Vorschlag Nummer zwei, Vorschlag Nummer drei. Und wenn wir jetzt sagen, hey, das gefällt mir alles nicht, dann können wir hier die Vorschläge nochmal neu generieren. Und das werden wir jetzt auch nochmal live machen. Das heißt, ich werde euch in diesem Video alles live zeigen, alles testen. Deswegen natürlich gerne einen Daumen hoch geben und diesen Kanal kostenlos abonnieren. Weil hier seid ihr immer am ersten informiert und seid immer auf dem neuesten Stand. Und gleich werde ich euch zeigen, wie ihr hiermit Geld verdienen könnt. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einmal neu generieren. Und dann seht ihr auch, wie lange das dauert. Hier, innerhalb von Sekunden, ich werde hier nichts schneiden. Ihr seht, werden die ganzen Texte hier generiert. Und jetzt können wir das Ganze eben nochmal kopieren, nochmal ein bisschen umändern. Und auch hier haben wir direkt wieder drei neue Vorschläge. Das heißt, wir haben jetzt hier sechs Versionen innerhalb von unter 60 Sekunden generiert. Und das ist natürlich absolut genial und wirklich unschlagbar. Und ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ich bin da sehr, sehr auf eure Meinung gespannt. Denkt ihr, Google Gemini könnte die beste Künstliche Intelligenz werden? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Also ich sehe derzeit sehr, sehr viel Potenzial im Bereich Künstliche Intelligenz bei Google Gemini. Wie ist da eure Meinung? Schreibt es jetzt gerne rein. Und bevor ich euch gleich zeige, wie ihr hiermit richtig gutes Geld verdienen könnt, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Und zwar in der Videobeschreibung habe ich euch auch diese Seite verlinkt, wie ihr mit 0 Euro Eigenkapital in drei Schritten zur ersten eigenen Immobilie kommen könnt. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema für alle, die passives Einkommen aufbauen wollen. Hier könnt ihr euch mit dem Link in der Videobeschreibung kostenlos einen Beratungstermin sichern und dann auch in wenigen Wochen selbst zum Immobilienbesitzer werden, die Immobilie dann vermieten und dann euch ein passives Einkommen durch eben Mieteinnahmen aufbauen und nochmal ein Vermögen durch die Immobilie und alles mit 0 Euro Eigenkapital. Das heißt, ihr müsst hier den kurzen Test absolvieren und dann könnt ihr euch auch schon in dem Kalender, wenn ihr den Test besteht, dann erscheint der Kalender. Dann könnt ihr euch in diesem Kalender einen kostenlosen Termin buchen und dann alle Fragen stellen und dann auch in wenigen Wochen eine eigene Immobilie besitzen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns eben, wie gesagt, an, wie wir hiermit Geld verdienen können. Das heißt, dazu habe ich jetzt eine ganz besondere Seite vorbereitet, die auch die wenigsten Leute kennen und zwar malt.de, wird so geschrieben, M-A-L-T. Und hier werde ich jetzt mal Folgendes eingeben und zwar sowas wie Texter. Und was ihr dann sehen werdet, ist wirklich unfassbar. Und zwar hier der erste Vorschlag schon 650 Euro am Tag. Das heißt, hier kann man in dem Bereich als Texter wirklich 650 Euro verdienen. Und ja, das ist hier kein Einzelfall. Klar, manche verdienen in Anführungszeichen nur 300 oder 350 Euro pro Tag, aber hier zum Beispiel verdienen auch manche wieder 600 Euro oder noch mehr, hier 650 Euro am Tag. Hier sehen wir ganz genau auf der Seite, was eben der Durchschnitt ist. Das heißt, hier die meisten Leute verdienen ja wirklich, das sehen wir hier an den grauen Balken, immer so zwischen 600 bis sogar 800 Euro pro Tag. Das heißt, hier können wir das Ganze nochmal zeigen. Und das sind hier alles echte Ergebnisse. Das ist hier kein Fake. Hier sehen wir Leute, die 600 Euro am Tag verdienen, 650, 800 Euro teilweise am Tag. Und das ist eben sehr, sehr genial und absolut atemberaubend, wenn wir uns jetzt mal anschauen, okay, wenn wir zum Beispiel Aufträge bekommen. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel einen Auftrag, schreibe, wie gesagt, einen Artikel für eine Website, eine Autowerkstatt, zum Beispiel der Autowerkstatt Meier. Das habe ich ja schon gezeigt. Dann kann man jetzt einfach hier sich das Ganze mit Google Gemini zum Beispiel vereinfachen lassen. Aber ein ganz wichtiger Hinweis, das sage ich auch immer wieder, Man sollte jetzt nicht 1 zu 1 KI-Texte kopieren und einfügen. Nein, man sollte das hier nur als Inspiration nutzen und eben nochmal natürlich eigene Worte finden, eigene Worte ergänzen und natürlich nicht das Ganze hier 1 zu 1 kopieren, sondern man sollte das hier, wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal als Inspirationsquelle nutzen. Und dann kann man damit hier in der Verbindung mit Google Gemini und Mild eben richtig gutes Geld verdienen. Und das ist ein absolut genialer Tipp, den die wenigsten Leute kennen. Und in Zukunft werden dann auch ganz viele weitere Videos hier auf dem Kanal folgen zu dem ganzen Thema. Deswegen jetzt kostenlos abonnieren und dieses Video natürlich auch gerne an eure Freunde, an eure Bekannten weiterschicken, weil man kann das Ganze natürlich auch zusammen machen. Das heißt, sucht euch ruhig. Beim Sport gibt es einen Trainingspartner. Sucht euch hier einen Businesspartner oder Geschäftspartner, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, mit dem ihr hier dieses Geschäftsmodell aufbaut und mit dem ihr dann in Zukunft hier zum Beispiel über Google Mild oder viele weitere Seiten Geld verdienen könnt. Ich habe euch da auch noch weitere spannende Methoden in der Videobeschreibung verlinkt, wie man hiermit Geld verdienen kann. Schaut euch das Ganze unbedingt an, denn wenn ihr jetzt als einer der Ersten bei Google Gemini dabei seid, könnt ihr davon extrem profitieren und richtig gutes Geld verdienen. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr spannende Methoden zum Thema Geld verdienen durch künstliche Intelligenz haben wollt, klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung auf ki-geld.com. Dann kommt ihr auf diese Seite. Hier könnt ihr euch kostenlos eben zwei Wochen einen kompletten Online-Kurs sichern und dort lernt ihr ganz genau, wie ihr in 50 Videos ohne Startkapital, ohne Vorwissen und ohne Risiko eben durch KI, durch künstliche Intelligenz Geld verdienen könnt. Dazu hier auf Jetzt starten klicken. Dann könnt ihr das Ganze auswählen und dann bekommt ihr eine E-Mail zugesendet, wenn ihr hier das Ganze eingetragen habt. Und ja, das ist ein absolut geniales Produkt hier aktuell im Bereich künstliche Intelligenz, der führende Online-Kurs in Deutschland. Link dazu in der Videobeschreibung ki-geld.com. Und ja, dann könnt ihr hier wirklich das Ganze zwei Wochen kostenlos bekommen. Danach habt ihr eine einmalige Zahlung, also kein Abo oder ähnliches. Und ja, sichert euch das ganze Link in der Videobeschreibung. Und dann werde ich euch jetzt noch eben eine weitere Methode hier in der Mitte verlinken, wie ihr es auch schaffen könnt, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen, Geld zu verdienen. Dort beweise ich auch ganz genau, wie ich 1000 Euro innerhalb von 24 Stunden aufs Konto ausgezahlt habe. Das heißt, klickt jetzt auf das Video, was ich in der Mitte einblenden werde. Dann sehen wir uns gleich direkt im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.